Dieser zur Miete angebotene gut gepflegte Laden steht in Dortmund-Körner. Das Ladengeschäft verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Gesamtfläche von ca. 88 m2 weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 88 m2 auf. Der Laden hat einen Mietpreis von monatlich 680 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.